Oh, Kevin, hier gibt's kein Esel. Leute, wie, da alleine unten, links da alleine, rumgammelt. Die macht aber schon, die O macht... Nee. Nee, macht der nicht. Doch, die kann pupsen. Ich hab gepupst. Warte auf andere Spiele. Oh, das hört sich nach Wurms an. Ich glaub, der Fakt ist. Leertaste, Kevin. Ist die Verbindung bei euch auch weg? Nein. Ich hab keine Verbindung. Wartet auf andere Spiele. Doch, ich auch, warte auf andere Spiele. Kevin hat schon den ersten Zug gemacht, what the fuck. Ja, den hab ich auch noch gesehen, aber danach. Jetzt geht's. Ich muss sagen, also so schnell war ich jetzt noch nicht. Ritikulis. Oh. Oh nein. Geh weg von Turbotorm oder Setz was. Geh weg von Frau Knechten. Du hast nur Turbotorm gesagt. Was bist du für ein Hurensohn? Warum nennst du die Frau Knechten? Wer ist Frau Knechten? Max, seine Mama. Leid, du Arschloch, ne? Max, flieg. Wie geht der mit der Nacht einfach um? Na, ich dachte, du brauchst erst mal Türmchen. Hey, �rz! Du bist echt hart, alter. Die Afefrau Knechten. Du hast noch Alex, ne? Das lässt du nicht so auf sich sitzen. Ruh, die du musst dich schon bewegen. Hey, das ist ein Schweinericki. SchweinerIX verify. Euro ich hoffe dass Armageddon drin. Gibt's das? Welche Farbe bist du Marvin? äh rot das gelb das gelb Marvin ist gelb Marvin ist blau blau wie immer ne? das gefällt mir dass du blau wie immer bist ähh ähh Ha ha ha! Hä? Oh! Oh nö! Wie Max da dritte geschützt ist! Hab ich doch vorher gesagt, der Magnet! Das ist ein Hufeisen, aber okay Kevin, okay! Was macht denn der da eigentlich? Da unten? Nicht auf mich! Du Arme! Oh, grad noch so gerettet! Wie soll ich denn sonst nehmen, Max? Ja, geh weiter an den 150 Brüben da! Ey, vollkommen richtig! Vollkommen richtig! Und dem hab ich den meisten Schaden gemacht, alles gut! Oh, die fällt runter, oder? Ja! Die kommt direkt zu mir! Wie war Wien? Lass Ruhe in die in Ruhe? Das lasst das Drogenkind, das Affenkind in Ruhe! Da ist das Affenkind älter! Hi! Hi! Sehr gut Kevin, sehr gut! Voll gemein! Hey gar nicht, sonst wär Max da gar nicht mehr rausgekommen! Das ist doch voll nett! Wird doch viel mehr Schaden machen können, der Kevin! Oh wir nehmen mal die Kisten eben, ja! Ich bin halt nett, ja. Ich bin richtig auf die Fresse, oder? Pack ich einfach die da mit hin. Oder ne Holy Bomb oder so. Ja, was überlegen wir, Alex. Ey, das ist aber ne Schlechtidee, Alter. Auf den Grünen. Ja man, auf den Grünen, natürlich. Jawohl. Oh. Wieso keine Cluster? Ne, ne. Die Cluster macht weniger Schaden, dafür hat ihr mehr Reichweite. Aber ich dachte mir, er ist viel praktischer, aber die alle in einem Loch landen. Ach du, die Heilige? Oh, hei, hei. Ja, daraus kommst du so nicht. Und du kannst dich nicht durch das Hufeisen durchbohren, falls du das denkst. Ist mir egal. Ach du Scheiße. Suizid! Ach du Scheiße, es gibt mehr Damage, weil die Schaden gehittet ist. Ja, wenn das Hufeisen explodiert, gibt es noch mehr Schaden. Und Sprung! 51 und 64. Wo ist der andere hin? Der steht noch links. Was? Surprise, motherfucker. Oh, Günther. Mensch, Günther! Spring! Das gibt Fallschaden. Nein! Boah! Ich hab's sogar noch gecallt, da ist er schon wieder runtergesprungen. Warum sagst du springen? Warum hörst du auch auf Max? Ich dachte, Max wäre nett. Bin ich doch, deswegen... Hab ich das gesagt, was du nicht tun sollst, und das hast du trotzdem getan. Was? 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 Ja, die ist okay. Was? Die war okay, Kevin, die war okay. Du Arschloch! Du Arschloch! Warum wird denn der Alex so verschockt? Ich hab ein bisschen Alex brühen, ne? Mhm. Der fühlt sich ziemlich sicher, glaub ich. Oh! Oh! Hau die Gelb aus dem Leben! Günther! Zeit zum Kassi! Was? 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 Ich hab' die Wand hochgeklatscht. Ich wollte nur runterklettern. Alex, das zeigt sich ja alles aus, ne? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß nie. Oh nein. Am Ende wirst du gewinnen, Alex. Oh nee. Das freut mich, Marvin. Das würde mir gefallen. Das finde ich auch jetzt gemein von Max. Ich glaub das ist zu hoch. Du musst springen, mein Lieber. Springen, springen und Leertaste. Äh, wo springt man? Da. Immer noch mit Schiff. Mach das direkt über dir da. Da kommst du nicht so. Max ist mal wieder useless is fuck, aber egal. Das regnet Salz. Max wollte nur wieder einen Turm bauen, ey. Und schon ist der Turm kaputt. Toll. Frau Knechten. Also. Wollt ihr da extra rum, um uns nicht kaputt zu machen, um den da oben rechts aus der Ecke rauszuballern? Mach das auch mal. Ich weiß noch eine Granate da hoch. Soll ich nur nicht runterrollen. Der Champion fühlt sich da oben ganz wohl, muss man sagen. Champion? Ein Wurm ist kein Champion. Natürlich. Kann ich Zeit einstellen? Bei der Heiligen gar nicht. Krieg? Feier! Feier! Drei! Zwei! Die muss auf jeden Fall liegen bleiben. Nein! Jawohl! Die kriegen beide Schaden. Oh! 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 Das bedeutet Krieg! Ist gut! Hast recht! Kevin! War nice! Das muss man auch einfach mal... Schon wieder der Alter. Also ich spiel garantiert nicht so lange, bis irgendwer von uns drei... Von den... Drei Siegert. Das ist viel zu lang. Och nein, ich werd auch drauf gehen, ne? Das könnte passieren. Okay, ich nicht, ich nicht, ich nicht. Es gibt richtig auf die Fresse, du Stück. Ist ja okay. Lol. Was? Okay, ich würd' sagen leichter Schaden, ja? Bye-bye! 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 Mein Wurm wird doch zwei Runden aushalten müssen. Ich wollt' sagen, Kevin, also einer musst du rennen. Ein Würmchen. Ja, ich glaub' der Linke wird zuerst sterben. Ja, obwohl der mehr Leben hat. Aber ich hab' keinen Wurmwechsel. Willst du nicht die Kisten vorher nehmen? Nein. Tschüss, Alex. Alex, es gibt aber mehr Damage. Ich will ja mal nicht sagen, aber eventuell fliegst du nach unten. Ja, glaub' ich nicht. Nein! Scheiße, los! Ey, Feuer auf Feuer! Oh, da ist er weg. Da ist einer weg. Der ist weg. Der 150er von Kevin. Ich hab's ja gesagt, aber hat er schon einen Wurmwechsel genommen. Ich hab' nur noch drei. Los, Bobbes. Jetzt mach' den Champion da oben weg. Ich will mich jetzt. Bitte, 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 lass' den 16er Wurm dran sein. Bitte. Hopp! Fuck. Du kommst da nicht rüber, falls du das denkst. Der will dich da runterschießen, oder? Nein. Das wird wieder nicht klappen. Loll. 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 Naja, aber der kriegt auch gar nicht. Ich weiß, der ruhig. Ah! Und tschüss. Oh, der ist tot! Der ist tot, oder? Der ist tot, oder? Wie AP? Easy, 4 AP. Aber ein bisschen Lucky von Mario, muss man ja so sagen. Wie Lucky? Ja, der ist grad über meinen Kopf drüber gerollt. War geplant, Junge, ey. Okay, okay. Oh nein. So, Alex, nutze ich grad mal als Sprungbrett, ja? Ja, ist kein Problem. Das ist zu hoch. Ja, okay, ich darf das nicht. Ich muss nämlich weiter runter. Oh. Hui. Oh, das gefällt mir. Oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. zu kämpfen die k alles die weg ich verstehe da kein Spaß mehr das ist auch nicht nur ein Turbotorben in Ruhe zu gutem er hat das war so ganz schön kacke b b war so ganz schön kacke ja ich habe jetzt überlegt ob ich eine heilige dazwischen lege aber dann kann ich nicht schnell genug weglegen oder sie rollt drüber die rollt drüber jo da war Dusentierschlampe unter der Pubertätrhythmus ja mein Hund 150er der wird da gleich ersaufen ich lache jetzt wenn er jetzt ein Jetpack nimmt und an die Flamme reinknallt dann fällt er runter und ins Wasser oh schade alles einfach wieder runter zu kriegen ein cleverer Schachtzug ne nein drei habe ich der Batatbombe ist ja wieder unten bye bye Alex bye bye Spiney aber ich schieße schlechter um den 150er Hurensohn ab oh nein Spiney ist auch tot nein jawohl Frau Knechten zeigt erstmal wo was ne Hake ist du kannst da hoch springen das schaffst du jawohl oh fuck leg da du kannst da auf den springen perfekt jetzt dann ein Dynamit hinlegen ich weiß nicht ob ich Dynamit nehme meinst du? ja aber da musst du auf den draufstehen da musst du wieder hoch springen da musst du es natürlich schaffen oh fuck ohhhhhh ich will jetzt auf den draufstehen müssen Alex wieso hast du ihn besucht weife nice hast du gut gemacht hast du gut gemacht jaaa ich bin stolz auf dich so dann wollen wir mal dann nehmen wir mal den roten da oben weg Alex wir waren immer gute Freunde jaaa das ist mir aber neu du wenn du den jetzt da runter holst dann bist du danach tot hast du nicht du hast doch ein jetpack oder nicht danke ah wie er boah ey Alex ganz ehrlich halt die Fresse ja du hilfst doch Marvin halt du da die Fresse ich hab nichts geholfen nein 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 mach die Frau Knecht ja ja was mach ich Legband Banane dahinter eine heilige und dann springst du zu schnell nach links jaaa wahrscheinlich ist der Tod ich sag ja das war kein kluger Schachzug von Max ich will jetzt trotzdem das Spiel wieder ok Alex jetzt ist nicht die Zeit auf uns einzuprügeln nimm den Nippel nimm den Nippel sonst werden wir beide sterben nimm den Nippel sonst haben wir beide ich sehe den wurm nicht ich habe nicht sagen aber ich glaube bei dem tot außer maria macht jetzt etwas richtig klug ist beim mittel maria nicht gecheckt hast ist der team ist ja weil magschaft ist so und ich brauche die welt merkte wir wollen noch mal auf die erste runde zurückschauen und da in der richtigen hat wachsen auch gesagt was du machen musst bitte verkackt bitte verkackt auf was immer du planst bitte verkackt wird der heilige wählen man kann wohl lieber überleben ich habe nicht gesehen wie viel schaden oder auch nippel darf nicht noch mal gewinnen sonst gewinnt das und zweitemal das spiel ich bin ein schneller vorbei aber wo er ist er steht in der unterrichtung ob ich kein bestenschläger dabei oder ganz so weit was du als gruppen hitler mann der westlichen welt so gut oder die faust ich bin lieber das tt ein tt die klappt doch nicht Wieso nimmt schon die Flammenfauß? Oh doch! Alex! Was denn? Ja ich spiel alleine, ich spiel nicht im Team von daher Alex! Du warst grad noch erst da, Alex! Das ist richtig Wenn aber zwei Stück auf einen gehen, hat man nicht so einfache Chancen, weißt du? Ja deswegen seid ihr beiden auch immer auf uns gegangen, genau! Ich hab immer auf den genommen, der am besten für mich stand! Was macht denn das Ufo? Man wirft keine Banane auf seine Mutter! Also bist du noch die Frau Knechten überlebt? Frau Knechten überlebt, Alter! Was ist das? Oh oh! Also ich glaube, das krieg ich niemals hin, was ich jetzt vorhabe! Du darfst nicht runter gehen, sonst kriegst du Fallschaden! Naja, ich werd's einfach versuchen! Was machst du? Hey, das fliegt, ne? Das geht nicht, das geht nicht! Das fliegt erst nach oben! Doch, das geht! Das springt runter und dann kannst du steuern! Aber jetzt, jetzt! Lett haste! Jetzt lett haste! Ah, nice! Oh fuck! Der hätt hier auch ein bisschen steuern können! Das finde ich so geil! Das geht nicht! Natürlich geht das! Ist das Ding nach oben als erstes geflogen, oder nicht? Das kleine Schäfchen hatte Flugprobleme! Das kleine Schäfchen hatte Flugprobleme! Ich glaub, jetzt bin ich richtig dran, ne? Was sagst du, Kevin? Das Schäfchen hatte Flugprobleme am Anfang! Weil's nicht hochgeht! Nein! Das dachte ich so, ich heb ab! Und auch noch leben, Alter! Ich esse Lachgummi! Ich heiße Marvin! Das ist Marvin! Du kannst gar nicht schon lange haben! Oh oh! Ja, du fliegst schon an die Decke! Oh Gott, ey! Der ging nicht nach oben! Oh Gott! Das ging nicht! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Was mach ich denn jetzt nur? Marvin, ich kann dir doch kein Haar krümmen! Ey, lass so was bitte nicht gewinnen, Marvin! Nimm ne Banane! Marvin, ich kann dir einfach kein Haar krümmen! Ich kann's nicht! Nimm ne Banane! Oh! Ne, jetzt kommt Poggy B! Marvin hat keinen Aim, der Schaffer kackt der! Was ist das? Der Wurm, der in der Luft ist! Den ich aufhatte! Der keinen Schaden gemacht hat! Nicht eine Sekunde! Oh Gott! Nicht gegen die Mauer! Nicht gegen den Krümel da! Geh weiter nach vorne erst! Oh Gott! Ach du Scheiße! Nein! Was da passiert? Oh Gott! Oh Gott! Ey! Da war in der Mitte ein scheiß Krümel! der die Banane zurückfliegen lassen hat! Den hab ich doch gesagt schieß nicht dagegen! Den hab ich nicht gesehen! Den hab ich nicht gesehen! Ich sag extra G an die Kante! Aber okay! Die Kiste! Die Kiste! Max! Max! Ey jetzt gibt auch noch diese Inkompetenz! Das kann nicht wahr sein! Max! Das darf schon nicht enden! Soll ich dich extra daneben schießen? Nein! Mach kaputt! Alles gut! Mach mich kaputt! Ich bin ganz links! Ja ich weiß Kevin! Boah! Guck nicht! Nein! Nicht ertrinken! Max! Du bist mein Ziel! Nächste Runde! Du bist mein Ziel! Marvin! Merkst du eigentlich wenn ihr im Team zusammenspielt gewinnt trotzdem er? Was? Wir haben nicht geteamt! Ja jetzt auf einmal nicht mehr eben grad hast du doch gesagt ihr habt geteamt! Ich hab einfach Schaden gemacht! Eben! Wo stehen denn meine Würmer? Aber ich würd mal sagen wenn ich und Max äh ein Wurm äh von also wenn jetzt Max sein Wurm, Alex sein Wurm und äh Kevin sein Wurm in der Nähe wär bei mir dann würde ich mich eher für Alex oder Kevin sein Wurm entscheiden. Ich hab gleich noch gef soil D sentence!